Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Crafts the World. Ja, hat mal wieder meine Pause gegeben, weil ich nicht mit dem Aufnehmen hinterher kam. So, aber jetzt ziehe ich das mal etwas durch und ich habe, glaube ich, auszusehen die Rollenpaste an. Okay, super. Sollen wir ausmachen. So, was will ich denn, was brauchen wir denn, was will ich denn, wo sind wir denn, wer haben wir denn? Und so weiter und so on. So, wir sind schon von der Rüstung her schon ziemlich weit hinten. Ich habe schon angefangen, die ersten besseren Sachen zu craften. Das ist schon mal gut. Der Scheiß geht mir am Arsch vorbei. Den Kompass-Zauber, glaube ich, brauche ich nicht. So, was haben wir denn hier? Eine Weiche. Das brauche ich auch nicht. Das wird dann erst auf den nächsten Karten interessant. So, was brauchen wir denn noch? Und zwar Ingenieurswesen, Lager, Tesla-Turm, Aufzug. Ich will nochmal einen Aufzug bauen. Das ist sehr gut. Das heißt, der soll da hin. Bauen wir auf. Sehr schön. Dann klopf mal. Ah, geht doch. Okay, geht nicht. So, und dann heißt es jetzt leider abbauen. Die leider kann dann auch weg. Mal alles hier wegräumen. So, wie weit sind wir denn mit Rüstung und Waffen? Ähm... Dann haben wir einen Fischer, Bergarbeiter und Kletterer, Magier und Schmied. Was brauche ich denn eigentlich für den blöden Zauberstaber? Ich glaube, da brauche ich noch irgendwas, was ich noch nicht habe. Ist das ein schwerter Bogen? Ähm, soweit ich weiß, ja, ne? Äh, dann hätte ich mal gesagt, ausrüsten. So, wir gehen mal durch. Filet ist eigentlich mein... Hauptkrieger. Muss ich jetzt nochmal durchgucken. Ja, ist er. Gut, dann kriegst du auf jeden Fall mal eine vernünftige Rüstung und vernünftige Schuhe. Ähm... Das Schwert habe ich, glaube ich, noch nicht gebaut. Nein. Bauen wir mal eins. So, das heißt, ich muss jetzt mit Rill suchen. Da unten ist einer von den Rittern. Da ist der andere Ritter. Gut. Ähm, dann mache ich mal den Totalzauber. Okay. Braucht er drei Arte für den Boden. Der Wahnsinn. So, dann nimmt man die Fackel mit. Ich könnte jetzt eigentlich eine Falle aufbauen. Das wäre auch lustig. Danke. Ist ja schön, aber es ist mit Rill ersetzen. Mit Rill ersetzen. Können wir mal ein wenig die Zeit beschleunigen. Oh, dann müssen wir nicht extra warten. Oh, oh. Okay, schauen wir mal, wie viel wir das mal gleich haben. Ob es reicht, äh, die nächsten Sachen zu bauen. Gut. Ab nach Hause. So. Gehen wir mal wieder auf langsame Geschwindigkeit. Ja. Du kriegst jetzt mal ein vernünftiges Schwert. Stahl reicht mir für dich. Weil, äh, ja. 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 So, ähm, Informationen. Der macht 45 Schaden. Und der Hammer macht... ...auf 45 Schaden. Okay. Dass ich das schon mal weiß. Dann will ich jetzt aber erst mal Mithril herstellen lassen. Acht Stück. Viel ist was anders. Aber wir wirst nun jetzt mal die weiteren Zwergchen aus. So, wir haben hier... Ich brauch nur noch einen zweiten Krieger. Der hat Krieger... ...das Krieger 12. Ja. Und der auch. So, das heißt, äh, du kriegst... ...en... ...Jatagan. Dann kriegst du auch einen. Und du kriegst auch... Achso, du hast schon. Entschuldigung. Okay, das heißt, ich hab noch einen, wo ich einen Jatagan geben kann. Dann kriegst du den. Dann hab ich jetzt schon mal auf jeden Fall... ...schon mal, äh, vier Zwerge mit guten Waffen. So. So, dann hab ich jetzt hier einen, äh... ...Armbrustschützen. Äh, Armbrustenbogenschützen. Der hat einen schweren Bogen. Habe ich noch einen? Das heißt, ich brauche noch einen. Das heißt, ich brauche noch einen Bogen. Okay. So, dann schauen wir mal. Fertigen. So, was brauche ich für den Zauberstab? Das da hab ich... ...liler Kristall. Grüner Kristall und dunkler Kristall. ...liler Kristall habe ich noch nicht. Innensteine zu herstellen und magische Objekte und Konstruktionen genutzt werden. Okay. Es kann sein, dass der... ...der Soldat mir den, äh, dann gleich geben wird. Okay. So, jetzt heißt, ich geh jetzt nochmal meine Zwerge durch, dass ich jetzt weiß, was ich brauche. Also, der hat ein vernünftiges Schwert, der auch. So, wir machen das jetzt mal ganz einfach. Ich räume jetzt alles mal weg. Was ich noch nicht ausgerüstet habe. Dankeschön. Es gibt lauter nackische Zwerge. Das wird jetzt hoffentlich dann meine vorletzte Ausrüstung. So, so wahr ist der Spiele-Gott-Will. Wie gesagt, beim nächsten Mal will ich jetzt dann alles schön jetzt erstmal vorbereiten für die nächste Schlacht. Und dann will ich den nächsten Ritter auf, auf die Nuss hauen. Kommt, wie gesagt, kommt drauf an, wie viel, dass ich jetzt hab. Weil will ich jetzt merken, dass mir noch zu, viele Sachen fehlen. Dann werde ich nochmal um, äh, switchen. Und, äh, erst mal die Leute, meine, meine Männlein ausrüsten. Also, ich habe jetzt auf jeden Fall meine Krieger. Habe ich noch ein Buch, wo ich sagen kann, da kann nur noch Krieger. Nein, habe ich nicht. So, was habe ich jetzt hier? Stahlschwert. Eins. Augenstahlschwert. Augenstahlschwert, zwei. Drei. So, das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall noch ein vernünftiges Schwert. Und da reicht mir ein Jatagan. Na, das ist aber das Lager bestanden. Ich brauche jetzt aber den, den da. Ich hab kein, ach, ich sag bloß, ich hab kein Silber mehr. So, Silber produzieren, Gott. Dann, ähm, was habe ich denn noch an Goldbahnen? Gold, oh, ich hab keine Kohle mehr. Glaub ich, wenn er mir. Ey, hier ist so viel Kohle. Ich glaube, das hackt. So, jetzt ist die andere Frage. Habe ich noch irgendwo? Ja. Hier haben wir noch welche. Oh, dann heißt es jetzt die Pflanzen. und da weghauen. Gott. So, Mana will ich jetzt nämlich sparen. So, kann ich mir noch Mana-Tränke machen? Und zwar... Na, super. Kohle, wo ich gerade rauspflücke, äh, habe ich sie wieder verbraucht. Oh, oh. So, aber hier geht's noch weiter. Das können wir schon noch gebacken. Wäre gelacht, wenn nicht. Oh, ich seht es gerade. Die hacken gerade mit, äh, Steinzeit-Werkzeugen rum. Ähm, ja. Ja, dann könnte ich die auch mal ausrüsten. So, ich habe jetzt auf jeden Fall... Also, Ali... Das ist ein Bergarbeiter. Du kriegst mit Riedel. Du bist ein Bergarbeiter. Du kriegst auch mit Riedel. Okay. So, heißt jetzt aber für mich... Ich brauche noch Waffen. Und ich brauche noch einen Bogen. Bogen, man glaub... Bogen, man glaub ich auch vier, ne? Nein, war nur zwei. Dann ist das besser. Mache ich mal einen Bogen. So, und ich glaub, den Helm habe ich noch nicht gehabt. Das heißt, ein Goldbahn. Und Mithril. Genau, da habe ich jetzt den Goldhelm auch... Äh, den Mithrilhelm auch noch. Das heißt, mein Hauptkrieger ist jetzt gleich mal voll ausrüstet. So, dann muss ich jetzt gucken... Ähm... Kann ich mir jetzt noch einen Kadagan machen? Sehr schön. Zwei Stück. Das heißt, ich habe... Auch das fertig dann. So, dann gehen wir mal Ausrüstung durch. So, du bist... Äh... Nee, das heißt... Das Werk auswählen, bitte. Ausruhen. 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 So, dann heißt es jetzt, bitte, du gehst mal hier runter. So, zwei Flaschen habe ich ja gebastelt, hoffe ich, mittlerweile. Oh, Mana-Elixier habe ich 34. Okay. Okay. So, das passt. Das habe ich dann auch schon mal wieder aufgeladen. Okay. Ich muss jetzt allen Bergarbeitern was gegeben haben. Oh Gott. Dann kriegt jetzt von der von mir eine. Der Jäger. Der Holzfäller. Der Rest kriegt jetzt Stahl. Und dann haben wir schon mal das. So, jetzt heißt... Ja, gute Äxte habe ich, glaube ich, nur eine Silberaxt, aber die kriegt auf jeden Fall meine Holzfäller. Das ist einmal der. Einmal der. Und der Tischler kriegt die andere. So, das heißt, jetzt haben gleich alle auch wieder ein vernünftiges Werkzeug. Das ist jetzt mein Hauptkrieger. Das ist jetzt mein Hauptkrieger. Mein Hauptkrieger kriegt jetzt Mithrilhelm, Schuhe, Rüstung. So, gut. Der blaue Schlumpf ist fertig. Äh, blaue Zwerg. So, dann heißt es jetzt den zweiten Krieger. Du kriegst eine Goldrüstung, Goldstiefel und den Helm. So, du kriegst mal eine Goldrüstung. Das heißt, dir fehlt jetzt noch Helm und Stiefel. So, habe ich noch genügend Gold? Ich hoffe. Okay. So, gut. So, gut. So, die schlafen. Äh, der schaut auch gerade auf die Uhr. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal ein wenig was vorbereitet. Das heißt, wir werden dann beim nächsten Mal dann hoffentlich auch gleich gegen den Ritter vorgehen. Und ich hätte mal gesagt, wir werden uns dann um diesen hier kümmern. Äh, vor allem vorher erst mal um dieses andere Viech hier. Das war dann nämlich auch lustig. So, okay. Aber die Zeit sagt zu mir, ähm, ich muss leider schon wieder Schluss machen. Oh, sehr schön. Wir haben ein Buch noch bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.